So, wir gehen gerade mal ein bisschen einkaufen. Weil bisher haben wir halt noch nicht die Kapazitäten dafür. Und immerhin, ne, heute der Tag und morgen der Tag werden es schon nochmal einiges auch abfordern. Das habt ihr nicht gesehen. Ähm, Moment. Wir wollten zu dem anderen Großhändler, wo wir durchfahren können. Der ist hier. Was mich interessieren würde, liefert der Großhändler sofort zu uns? Äh, nicht der Großhändler, der, der... Okay. Bekommen wir das selbst sofort geliefert oder müssen wir das abholen gehen? Weil abholen gehen wäre ungünstig immer. Weil das hier stört mich ja auch, dass wir da jedes Mal hin müssen, um uns den Stuff zu kriegen. Das wäre halt schon echt super praktisch, wenn der das im Grunde bei uns vorbeibringen würde. Haben die zu, oder wie? Die haben nicht zu. Hier. So, Papiertüten sah es noch ganz gut aus. Getränkedosen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt sofort welche. So, parken können wir allerdings gerade mal. Äh, wir bräuchten ein paar teure Geschenke. Nicht günstig. So, wir bräuchten ein paar Pommes. Naja, wir haben so viel Platz jetzt auch nicht. Holen wir da gerade einfach zweimal mit. Ähm, dann Burger. Das wäre doch mal was. Nehmen wir mehr als 100 Burger mit. Ah, sind jetzt ja nicht teuer, ne? Können wir schon machen. Ähm. Ja, ein 60er-Pack Getränkedosen schadet jetzt auch nicht sofort. Ich werfe mal hier so überall einen Blick rein. Papiertüten haben wir hier echt noch super viele da. Das ist jetzt nicht unser Problem. Ähm. Ich hierbei kaufe meinen Scheiß. Da läuft es momentan ja insane gut. Da haben wir auch noch ein paar Geschenke da. Vielleicht würde ich sogar noch mal ein paar nachkaufen von den normalen, von den preiswerten Geschenken. Ich hoffe, wir können uns das alles leisten. Ja, gerade so. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass wir, wenn wir am Montag bei dieser Personalverwaltungsfirma vorbeischauen, dass wir vorher einen Kredit aufnehmen müssen. Ähm. Fahren wir mal. Und gucken, dass wir das alles jeweils einordnen. Moment, ich würde euch... Na. Ich würde euch gerade mal hier rausnehmen. Und dann würde ich noch mal unseren Hauptladen hier gerade noch mal als Ziel... Oh. Als Ziel festlegen. So. Sehr schön. Ich habe zwar eigentlich nicht uns aus irgendeinem Grund da festgelegt, sondern aus dem Jeansladen. Aber ist schon okay. Aber wenn das gut läuft mit unserer neuen Hauptzentrale und wir uns leisten können, in naher Zukunft auch noch einen weiteren Laden zu öffnen, das wäre halt schon gut. Oder wir gehen natürlich hin und bauen einfach unser Fastfood-Restaurant oder so ein bisschen aus. Äh, parken wir hier mal. So, wir hätten hier ein bisschen Getränkedosen. Die können wir hier ins Lager packen. So, bisher brauchen wir hier noch keine Schwerlastregale oder so. Dann hätten wir hier auch noch ein paar Geschenke. Die sind halt auch für uns im Einkauf teuer. Das ist das Problem bei den Geschenken. Die machen zwar guten Gewinn, aber die sind halt auch echt nicht günstig in der Anschaffung. Und ja, zugegebenermaßen wahrscheinlich wäre es wirklich auch eine kluge Idee, zu gucken, dass Musik läuft in unseren Läden. Aber, ähm, ne, das ist halt auch nicht günstig. Kann mich auch nicht dran ändern, irgendwo, was weiß ich, ein Radio oder sowas gesehen zu haben. Bei irgendeinem der Einrichtungsläden, bei denen wir waren bisher. Aber das muss ja auch nichts heißen. Kann ja sein, dass ich das einfach übersehen habe bisher. So, Burger, das füllst du hoffentlich selbst nach. Äh, so. Dann hätten wir hier nochmal ein paar weitere Burger. Von Pommes. Ja, das kriegst du doch wohl selbst hin, das nachzufüllen, oder? Ich muss dir doch nicht dabei helfen. Also, sorry, sonst bist du hier, glaube ich, falsch angestellt, wenn du es nicht hinbekommst, deine Burger aus dem Lager zu holen. Das muss gerade so drin sein. Ich weiß, wir haben hier momentan Leute eingestellt, die eher nicht so gut sind in dem, was sie tun. Aber, äh, also das, das musst du schon hinkriegen. So. Und die können wir hier gerade auch mal ins Lager stellen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal, äh, in Röntgen nach Hause. Weiß nicht, unsere Zufriedenheit liegt immer noch. Äh, Hauptverwaltung, positiver Umsatz. Ich weiß nicht, ob wir dadurch, äh, ein bisschen, durch ein bisschen zocken, das noch erhöhen können. Aber ich würde es mal probieren. Tatsache, geht. Geht tatsächlich. Und dann legen wir uns ein bisschen hin. So, wir haben hier immer noch ein bisschen quen gemacht, das ist gut. Nicht so viel, wie mir lieb wäre, aber, ne, besser als nix. Und ich würde auf jeden Fall, um auf Nummer sicher zu gehen, mal gucken, wie es hier in dem Laden aussieht. Ja, siehst du, die Person hat es hinbekommen, es nochmal aufzufüllen. Ich hoffe, das hat die auch geschafft, bevor, äh, es leer war und nicht irgendwie so leer. Dann gehen uns ein paar Kunden flöten und dann füllst du es erst auf. Ich hoffe, die kriegen das schon rechtzeitig hin. So, hier wurde auch aufgefüllt, das gefällt mir. Hier auch, ja. Ja, werfen wir da mal einen Blick ins Lager. Da sieht es sogar nochmal ein bisschen besser aus. Weiß nicht, kann ich die Boxen irgendwie zueinander tun? Also irgendwie sagen, na, die hier, nein, nein, okay, geht nicht. Aber seht ihr das? Die tollen Geschenke müssen ja gerade insane gut laufen. Da sind jetzt im Grunde ja schon 100 weg. Ich weiß, da waren auch schon einige weg, bevor wir halt im Grunde losgezogen sind und eingekauft haben. Aber das ist halt schon recht viel. Ja, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, was wir gerade tun müssten. Also würde ich mich tatsächlich nochmal schlafen legen. Ich weiß, wir könnten natürlich jetzt irgendwie sagen, keine Ahnung, wir erhöhen die Öffnungszeit bei einem unserer Läden wegen uns. Aber das ist halt so viel Aufwand zu sagen, ja, hier, der Laden ist jetzt länger offen, dann gehen wir dort arbeiten, dann müssen wir das nochmal zurück umstellen, weil wir danach ja natürlich nicht mehr dort arbeiten. Das ist halt einfach keinen Sinn für uns macht. So. Laufen wir erstmal ein bisschen länger durch. Aber wir haben wieder guten Gewinn gemacht. Huch, Anderson Recruitment Corp. hat uns was geschickt. Äh, eine Person, die gar nicht so schlecht ist. Aber, ne, wir haben ja gesagt, ne, das wird ein bisschen länger sein, dieses Recruiting-Ding. So. Was sind wir denn hier alles losgeworden? Ich glaube, Pommes laufen deutlich besser als Burger. Zumindest im Moment. Moment, da können wir ja eigentlich nochmal reinschauen. Ähm. Na, wohl. Scheint ja schon zu gehen. Ja, momentan ist halt, also Werbung, klar, ist nicht so gut, aber halt die Zufriedenheit ist einfach... Die Ausstattung ist zwar auch in unseren Läden nicht so geil, aber ich glaube, den Leuten geht es noch ein bisschen mehr sogar auf die Nerven, wie nicht gut unser Personal bisher ausgebildet ist. So, teure Geschenke haben wir gestern wieder 30 Stück verkauft gekriegt oder 40. Das gefällt mir. Und, wow, wenn ich jetzt gerade auf unser Geld schaue, sehe ich, das gefällt mir sehr gut. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich glaube, es wäre tatsächlich auch gar keine so dumme Idee, einfach auf die Bank zu gehen, zu sagen, ja, wir nehmen Kredit auf nochmal und machen einfach noch einen weiteren Laden auf. Weil momentan sieht es ja so aus, als hätten wir einen kleinen Lauf und alles, was war, an weiterem Geld investieren in unsere Läden. Und dann, upsies, sorgt sofort für Profit. Wir haben schon wieder 10% Schaden. Das ist nicht so gut. Aber gucken wir jetzt erstmal bei City Workforce vorbei. Ja, das ist auch kreativ auf jeden Fall, was ich da gerade gemacht habe. So, können wir auf dieser Seite gratis parken? So parken wir auf jeden Fall schon mal gar nicht. Das hat uns jetzt einfach schon wieder 6-7% Schaden gemacht. So, natürlich, da kostet es auch Geld. Egal, gehen wir zu City Workforce und gucken mal, wie teuer das Ganze hier wäre. So, wir bräuchten für East Empires jemanden, der Einkäufer ist. Wo er jetzt auch nicht super alt ist. Ihr habt auch 4 Tage. Ah, 4, 4, 4, 4, 4, wollen wir 4 Tage machen? Ah doch, das ist schon okay. Das ist schon okay. Joana, das wusste, das wollten wir nicht. Ja, passt. Und eigentlich kann ich die dann jetzt ja auch bei Google Maps rausnehmen, weil wir waren ja jetzt schon mal hier. Garment District, warum habe ich immer noch... Hä? Ich bin verwirrt. Aus jedem Grund, obwohl ich sie nirgends angewählt habe, sind sie immer noch hier markiert. Weil normalerweise, ab jetzt müssten wir ja eigentlich da nicht mehr hin. Denn, lass mich mal kurz gucken, Kontakte... Genau, jetzt haben wir die hier als Kontakt. Okay. Äh, so, wir müssen aber noch mal gucken, wo wir hin müssen. So, legen wir uns mal noch mal das als Ziel fest. Ich bin mir auch gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Hatten wir nicht sogar noch irgendeinen Laden gemietet, gekauft, irgendwas letztes Mal, weil ich weiß, wir wollten noch irgendwas aufmachen. Das war jetzt halt echt ungünstig. Aber ich hatte irgendwie sowas im Kopf, dass wir dann noch einen weiteren Laden öffnen wollten. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Oder was. Das ist halt ungünstig. Oh. Ich war gerade sehr fokussiert da oben. Ja, das ist echt ungünstig. Ich sollte, ich sollte ein bisschen, ein bisschen mehr aufpassen, wenn wir hier fahren, weil es kostet ja jetzt auch nicht nichts, unser Auto jedes Mal zu reparieren. Und warum tanzen wir noch nicht so super rich, als dass uns das egal sein kann? So. Können wir hier parken? Nein. Hier. Kurz Übersicht. Also, das hier gehört uns, das gehört uns, das gehört uns, das gehört uns. Was ist denn da noch so an Gebäuden in naher Zukunft? Frei. Da vorne wären noch Stuff. Lagerhäuser gibt es auch eine Menge. Interessant. Büros sind sonst relativ weit weg. Wohngebäude, ja, hätten wir auch noch ein paar hier in der Nähe. Okay, aber das ist uns erstmal egal. Ja, wir können natürlich auch momentan theoretisch. Es ist schon schön, unser Auto hier vorne. Also, das, ja. Das ist schon, das zeichnet unseren Fahrstil aus. Gucken wir uns mal oben in unseren Läden. Ja, wir könnten hier halt auch noch mehr Stuff reinbringen, ne? Also, hier ist okay eigentlich. Da gibt es noch nicht mehr so viel, was wir tun können. Aber ich glaube, hier auch bei unserem Essensladen, ich weiß, dann wird es natürlich auch irgendwann relativ voll. Aber ich würde behaupten, auf der Seite können wir noch ein bisschen Stuff machen. Also, würde ich ganz gerne hier einen kleinen Blick reinwerfen. Market Insider. Was ist denn momentan nachgefragt? Hier im Garment District. Donuts. Donuts wäre aber, glaube ich, ein eigener Ladentyp, ne? Oder? Lass mich mal kurz da schauen. Beziehungsweise, ne, können wir ja auch in Market Insider eigentlich gucken. Ein Unternehmen. Konnten wir das nicht immer auch nachschauen, wer das macht? Ähm. Habe eigentlich gedacht, wir hätten da auch schauen können. Hm. Also, die Geschenke sind immer noch gut mit dabei. Äh, Pommes. Sonst hätten wir halt hier unten dann Sachen wie Kaffee. Pizza ist, ja, ist jetzt halt nicht so gut. Pizza. Da läuft es nicht so sehr. Donuts wäre halt immer noch schon ziemlich krass. Aber ich weiß halt nicht, können wir das in unserem Fastfood-Restaurant einfach machen? In unserem Schnellrestaurant? Da müssen wir dafür einen tatsächlichen Donutladen aufmachen. Ich würde das ganz gerne tatsächlich überprüfen. So, hier vorne war ja irgendwie dieses andere Einrichtungshaus. Ich weiß nicht mehr ganz wo. Ich glaube, hier drüben irgendwo. Ähm. Nein. Das ist ein Kaffee. Dann davor, ne? Das ist ein Schnellerrestaurant. Okay, das ist auch ungünstig. Wo war das dann? Nein, ich meine nicht dich. Ich meine das Einrichtungsteil. Da hinten. Fahren wir da halt hin. Und gucken einfach mal. Ich glaube, da steht leider nur nicht dabei, in was für einem Typ von Laden wir die Sachen verwenden können. Das ist halt das Problem. So, gehen wir mal rein. Äh. Industriefritteuse, Industriekühlschrank, Pizzaofen. Hotdoggrill, Industriegrill, Industriekaffeemaschine. Kriegen wir hier gar kein Zeug dafür? Ich glaube, hier kriegen wir gar kein Zeug dafür. Wo bekommen wir das denn sonst her? Ähm. Hm. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Weil hier ja scheinbar nicht. Schaut euch mal an, wie scheiße doll ein Pizzaofen ist. Das ist ja insane. ein Industriekaffeemaschine. 15.000. Ich meine, ich liebe Kaffee auch, aber, aber 15.000 Dollar lieben die jetzt auch nicht. Aber dann, es gibt so viele Kaffeeläden. Hier, wenn, oh, nein, da wollten wir immer noch nicht hin. Market Insider. Ähm. Nachfrage. Hm. Hm, 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 hm. Wo war denn hier? Hier war auch irgendwo Kaffee. Becher Kaffee. Es gibt sechs Unternehmen, die hier Kaffee anbieten. Wie machen die das denn? Das ist doch so teuer anscheinend. Aber wo bekämen wir denn? Oder können wir Donuts einfach einkaufen und dann verkaufen und wir machen da gar nichts selbst? Aber das wäre ja auch weird. Produktaufsteller, nein. Schmuck, Vitrine, die ist auch sau teuer. Hier haben wir auf jeden Fall nichts. Natürlich. Sekunde, ich würde nochmal mich umschauen wollen hier. Es muss nicht in unserem Distrikt nur sein. Ich würde mich auch dafür interessieren, ob es hier irgendwo anders einen Laden gibt. muss ich auswählen. Weiß nicht, ob ich das musste jetzt. Nee, aber es sieht tatsächlich nicht so aus, als gäbe es hier, abgesehen von dem kleinen Laden, der hier unten ist. Und da ist ja jetzt auch nichts drin gewesen Interessantes. Shop Inventar anschauen. Da kriegen wir eine Salatbar theoretisch her, das ist okay. Die könnten wir tatsächlich gebrauchen, aber alles andere ist jetzt nichts Besonderes. Äh, nö. Nö. Untertitelung des ZDF, 2020